Eine Animation können Sie auch mit Animationskurven bearbeiten. Sie wissen, der Raum zwischen zwei Keys wird als Interframe bezeichnet. Der Computer berechnet, wie das Objekt zwischen den Frames bewegt werden soll. Wenn Sie die Interframes beeinflussen wollen, können Sie das mit Animationskurven tun. In den meisten professionellen Animationsprogrammen gibt es eine Möglichkeit, diese Kurven zu bearbeiten. Die Editoren heißen zwar verschieden, Kurveneditor, Animationseditor, Grafeneditor etc., aber alle funktionieren ähnlich. Sie beginnen mit einer einfachen Animationskurve wie hier. Die Zeit liegt aber auf der horizontalen Achse, die Werte auf der vertikalen. Die Kurve steuert, wie sich das Objekt verändert. Während sich das Objekt in der Zeit bewegt, zeigt seine Kurve die Position an. Die Steilheit der Kurve ist ein Indiz für die Änderungsgeschwindigkeit. Geht das schnell, ist die Kurve steil. Langsame Veränderungen erzeugen eine flachere Kurve. Indem wir die Form der Kurve ändern, legen wir fest, wie schnell oder langsam sich ein Objekt während der Interframes bewegt. Es gibt verschiedene Werkzeuge, um die Form der Kurve und damit die Interframes zu bearbeiten. Am bekanntesten sind wohl die Beziergriffe, ähnlich denen in Zeichenprogrammen. Durch Ziehen an diesen Griffen lassen sich die Steilheit und die Art der Kurve bearbeiten und somit die Interframes verändern. Bei der Bewegungsanimation hat jede Achse meist eine eigene Kurve. Die Bewegung auf Achse X wird also von einer Kurve gesteuert, Y in einer anderen und Z in einer dritten. Das ist wichtig, denn in vielen Programmen werden die Animationskurven überlagert und Sie müssen wissen, welche welche ist. In den meisten 3D-Animationspaketen ist X rot, Y grün und Z blau gekennzeichnet. Manche Programme bringen Kurvenvoreinstellungen mit, die auf einen Teil oder eine gesamte Kurve angewendet werden können. Eine lineare Kurve ist eine gerade Linie, ein Wert ändert sich also konstant. Slow-in und Slow-out fügt eine Kurve hinzu, die die Animation dämpft. Stufenkurven sehen wie Rechtecksignale aus und springen von einem Wert zum nächsten. Das ist bei animiertem Ein- und Ausschalten gut, zum Beispiel bei der Animation von Licht. Ob Sie also Vorgaben verwenden oder die Animationskurven selbst bearbeiten, in jedem Fall steuern Animationskurven den Raum zwischen den Keys. Stufenkurven. 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 Stufenkurven.